Die, die wir jetzt sehen, haben innerhalb der letzten vier Tage, seit vier Tagen ist ihre Platte draußen, seit vier Tagen. Und sie sind, sie sind inzwischen längs über Silber und Gold hinweg und bewegen sich megamäßig auf Platin zu. Sie stürmen den Charts ganz nach oben an Madonna vorbei, an Celine Dion vorbei, an dem großen Titanic-Hit. Und ja, alles alleine deswegen, weil ein Mann aus einer Geborgenheit, einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit, aber auch mit dem gewissen Näschen ausgestattet, gesagt hat, jawohl, wir versuchen es nochmal zusammen. Here's a modern talking. Das war's. Das war's. Das war's. Musik 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 Musik